Edgar Degas, die Bellini-Familie Viele Jahre beschäftigte Edgar Degas die Fertigstellung dieses Familienporträts. Es ist eines seiner Frühwerke, in dem er nicht nur Genre und Porträtmalerei kombiniert, sondern auch seine Bewunderung für Maler wie Rembrandt oder Van Dyck anklingen lässt. Dargestellt ist ein Teil Degas Familie, welche ihren Wohnsitz in Italien hatte. Seine Tante Laure väterlicherseits, für die er große Bewunderung hegte, ihr Gatte Baron Bellini und deren zwei gemeinsamen Töchter Giulia und Giovanna. Die Familie wurde wegen der Teilnahme des patriotistischen Barons an der Revolution von 1848 aus Neapel vertrieben und lebte nun im Exil in Florenz. Laure steht als stolze Gattin, ihre zwei Töchter vor sich platziert, in der linken Bildhälfte in Gegenüberstellung zum mürrischen, im Sessel lehenden Baron auf der rechten. Nicht nur die physische Entfernung zeigt die psychische Distanz der Ehepartner, auch die Komposition des Interieurs und die nüchternen Farben verweisen auf die Spannungen innerhalb der Familie. Das große Format, die offenen Perspektiven, Tür und Spiegel, sowie der aus dem Bildraum herausragende Hund erzeugen eine unbehagliche Stimmung. Einzig die siebenjährige Giulia lockert die Szene mit ihrer verspielten Geste auf dem Stuhl auf. Des Weiteren wird der Blick des Betrachters auf eine Rötelzeichnung neben dem Gesicht der Baronin gelenkt. Die Zeichnung stellt ein Porträt des vor kurzem verstorbenen Großvaters Hilaire de Garda, um welche seine Tochter Laure trauert. Ungeklärt ist die Frage nach der augenscheinlichen Schwangerschaft der Gattin Bellidis, die zusätzlich durch eine Wiege hinter ihrer Person angedeutet wird. Das Leben im Exil und die Unzufriedenheit der Baronin in ihrer Ehe belasteten die Familien. Dies wurde von Degas in seinem Familienporträt subtil nachempfunden.